Länderspiel. Ungarn in Rot führt bereits mit 2 zu 0 gegen Kasachstan die Nachspielzeit. Konstantin Engel vom FC Ingolstadt stochert den Ball über die eigene Linie. Ein Slapstick-Eigentor vom deutsch-kasachischen Defensivspezialisten zum 0 zu 3 Endstand. Ein Engel auf Erden, genauer gesagt auf dem Rosenboden. Er ist ein Engel auf Erden, genauer gesagt auf dem Rosenboden.